Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 19. Juni 2024, sprechen wir über die Bitcoin-Preiskorrektur und welche Faktoren es braucht, dass der Preis wieder steigen könnte. Wir sprechen darüber, dass die SEC die Untersuchung in Ethereum's Security-Thema stoppen möchte. Dann sprechen wir darüber, dass NVIDIA die erfolgreichste und wertvollste Firma der Welt ist? Und zum Schluss noch über das Europäische Parlament, das gewählt wurde und ob das gut für die Krypto-Industrie ist oder schlecht. Springen wir in diese erste News-Story und zwar sprechen wir natürlich über die Bitcoin-Preiskorrektur der letzten Tage. Ich hatte schon gestern ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern sich welche Faktoren wie entwickeln könnten und deshalb dementsprechend auch der Bitcoin-Preis erst gesunken ist, aber idealerweise auch steigen könnte. Man spricht oft von der Boring-Zone, also die langweilige Zone und die Banana-Zone, also die Bananenzone, bei welcher wirklich alles super verrückt ist. Und jetzt gerade sind wir ganz klar in der Boring-Zone und damit wir in diese berühmt-berüchtigte Banana-Zone reinkommen können, braucht es gemäss Analysten drei Faktoren. Einer der Faktoren ist sicherlich die Bitcoin-Miner, die entsprechend aufhören müssten, das Ganze zu verkaufen. Denn die Bitcoin-Miner sind eigentlich stetig am Verkaufen gewesen und dieser sogenannte Mining-Revenue, also der Umsatz durch die Mining-Aktivität, der ist natürlich um 55% zurückgegangen. Und das hat jetzt natürlich auch dazu geführt, dass die Bitcoin-Miner aktiver verkaufen müssen. Das heisst, immer in dieser Zwischenphase nach der Halbierung hat man natürlich auch einen Halbierungsumsatz und gleichzeitig muss man natürlich darauf spekulieren, dass der Bitcoin-Preis weiterhin ansteigen könnte. Das ist jetzt doch nicht der Fall und im Idealfall wird Bitcoin natürlich wieder ansteigen und dann entsprechend den Umsatzrückgang reduzieren. Dann müssen wir sicherlich über die Stablecoin-Beträge auf den Kryptobörsen sprechen. Das sind die Stablecoins held in Crypto Exchange Reserves. Auch die sind zurückgegangen und viele sagen, die müssten an sich auch wieder nach oben steigen. Denn das ist ein ganz klares Zeichen, dass die Leute wieder Kryptos kaufen möchten. Und wenn wir sehen, dass diese Zahlen wieder steigen, also die Leute wieder Stablecoins auf den zentralisierten Börsen platzieren, dann könnten wir davon ausgehen, dass ein Preisanstieg wieder folgen könnte. Und zum Schluss müssten wir ganz klar über die Bitcoin-ETFs sprechen, denn da sehen wir momentan vor allem starke Outflows, vor allem von Fidelity und Grayscale und die müssten natürlich auch wieder zurückgehen, denn dort entsteht Verkaufsdruck für Bitcoin. Das heisst, im Idealfall erleben wir es, dass der Bitcoin-ETF entsprechend wieder Inflows erlebt, dass vielleicht sogar ein Ethereum-ETF gelauncht wird. Es ist jetzt natürlich die Frage, ob es etwas bringt, wenn er in dieser eher schlechten Preiszone gelauncht wird oder ob es besser wäre, wenn man in einem Hype-Zyklus den Ethereum-ETF launchen würde. Das bringt uns zum nächsten Thema. Wir sprechen nämlich auch über Ethereum, welches ganz kurz auch über 3.500 US-Dollar gestiegen ist, mittlerweile auch stabil dort sitzt, hauptsächlich weil herausgekommen ist, dass die SEC ihre Untersuchung in Ethereum spezifisch gestoppt hat. Es geht nämlich darum, ist Ethereum oder Ether das Asset dahinter eine Security, also ein Wertpapier oder nicht. Diese Untersuchung lief schon relativ lange und ConsenSys hat jetzt berichtet, dass die SEC das Ganze gestoppt habe und das ist natürlich ein bullisches Zeichen. Es geht ein bisschen Hand in Hand mit dem Ethereum-ETF, der ja vor einigen Wochen mehr oder weniger durchgewunken wurde, aber eben noch nicht zum Traden verfügbar ist. Das könnte jetzt aber Hand in Hand mit der Situation gehen, dass eventuell eben Krypto-Assets gar keine Securities, also gar keine Wertpapiere sind und das sollte idealerweise eben auch die ganze Situation um Kryptos und die Regulierung beruhigen. Das wären natürlich auch wieder bullische Zeichen, aber auch hier wieder, der Markt reagiert eher langsam. Momentan geht es vor allem beim Aktienmarkt relativ rund für Nvidia. Nvidia ist offiziell die wertvollste Firma nach Marktkapitalisierung. Nvidia, der AI und Grafikkarten-Gigant, stellt etwa 80% der Chips her, welche für AI-Unternehmung gebraucht werden. Und da fragen jetzt viele Analysten, ist es das wirklich, was Nvidia so ausmacht? Wird Nvidia an der Spitze bleiben können oder ist das so ein bisschen ein Nacheffekt des AI-Trends? Was wir zum Beispiel in der Kryptowelt sehen, ist, dass die AI-Coins gar nicht so stark performen momentan, obwohl es bisher eigentlich sehr Hand in Hand mit Nvidia gegangen ist. Jetzt könnte man natürlich auch behaupten, dass die Spitze für Nvidia jetzt erreicht ist und man schauen müsste, was kommt als nächstes. Denn ob Nvidia jetzt weiterhin die Nummer 1 bleiben wird, also grösser als Microsoft oder Apple, bleiben wird, das bleibt natürlich noch fragwürdig. Nichtsdestotrotz, Nvidia hat einen sogenannten Stock-Split gemacht, also ist runter von 1200 US-Dollar auf etwa 135 US-Dollar pro Aktie. Dann macht man einen 10-für-1-Stock-Split. Der Wert der Aktien, den man erhält, bleibt immer noch genau gleich. Man hat dann aber mehr Aktien schlussendlich. Und dieses Modell hat es dann Nvidia auch erlaubt, in den Dow Jones Industrial Average aufzusteigen. Und das könnte natürlich auch nochmal zusätzlich die Blicke auf Nvidia bringen. Wir springen jetzt aber noch zum Schluss nach Europa und sprechen über die Europawahlen, beziehungsweise ein neues EU-Parlament, welches gewählt wurde für die nächsten fünf Jahre. Und jetzt fragt man sich natürlich, ist das positiv für die Krypto-Industrie oder eher negativ. Wenn wir die letzten paar Jahre anschauen, ist natürlich mit Mika in Europa etwas sehr Positives entstanden. Die Effekte davon spüren wir zwar noch nicht wirklich, aber das wird jetzt in den kommenden Monaten und Jahren kommen. Und letzte Woche haben 185 Millionen EU-Wähler aus 27 Mitgliedstaaten ein neues Europäisches Parlament gewählt. Ganz interessant ist, dass die Europäische Volkspartei, die EVP, ein Zuwachs von 13 Sitzen im Vergleich zu den letzten EU-Wahlen erhalten konnte. Und das sollte idealerweise der Krypto-Industrie zusätzlich Stabilität verleihen. Das sagt zumindest der deutsche Europa-Abgeordnete Markus Ferber von der EVP und sagt, dass die EU da eher technisch oder technologisch neutral regulieren würde und da nicht zu stark vorgehen würde. Hoffen wir das Beste, denn schlussendlich braucht die EU natürlich auch irgendwo die Innovation, idealerweise natürlich auch aus der Krypto-Industrie. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.